Steph Dawson ist eine australische Schauspielerin. Leben Dawson besuchte die Canberra Girls Grammar School, das Nationalinstitute for Dramatic Art sowie die Screenwise Film und TV School. Dawson wirkte in mehreren australischen Produktionen mit, wie zum Beispiel die Serien Alceins oder Out of Aleblu, bevor sie in die Vereinigten Staaten übersiedelte. Bekanntheit erlangte sie, als sie für die Rolle der Annie Cresta im Film die Tribute von Panem Catching Fire gecastet wurde. Filmografie Film 2006 Chocolates 2007 Just Married 2007 Ophelia 2007 The Consulate 2009 The Mad Chase A.K.A.L.E.C.E.S. 2010 The Ose 2011 Reth 2012 Sunday Billy Sunday A Memoir 2012 Foxfur 2012 Manhetas 2013 The Beginning 2013 6 Years 4 Months und 23 Days 2013 Die Tribute von Panem Catching Fire 2014 Die Tribute von Panem Mocking J-Tile 1 2014 Giant Killer Hawks 2015 Die Tribute von Panem Mocking J-Tile 2 Fernsehen 2007 Alceins 2008 Out of Air Blue 2008 Swift & Shift Couriers 2013 Crash Dance 2013 The Pet Squad Files Die Tribute von Panem Mocking J-Tile 2 Die Tribute von Panem Mocking J-Tile 2 Die Tribute von Panem Mocking J-Tile 2